Ja, grüßt euch, Buam. Selbst Psychiater merken, dass Frauen den modernen Mann nicht attraktiv finden. Und darum soll es heute gehen, indem wir das Buch vom Professor Dr. Raphael Bonelli besprechen. Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Also sehr interessant, vor allem die Couch-Geschichten, die er hier ja anonymisiert mit geänderten Namen anspricht und eben hier in diesem Buch wieder liegt, wollen wir das heute mal unter dem Aspekt der Red Pill genauer beleuchten. Und damit kommen wir doch gleich mal zu der ersten Geschichte, die er hier schreibt. Nämlich, ja, erstes Kapitel, was Shades of Grey offenbart. Da sehen wir ja, die Verkaufszahlen sprechen ja schon quasi für sich ein Buch von einer Frau für Frauen, von Frauen gewollt. Aber wird halt oftmals dann weggeleugnet. Hier in seinem Fall 1 sehen wir aber dann genau das, nämlich der Arsch mit dem Sexappeal. Frau Denise Ü ist seit Jahren mit dem gleichaltrigen Büroangestellten Michael zusammen. Er ist ein sehr guter Mensch, aber ich begehre ihn nicht mehr. Wir haben eine freundschaftliche Basis, aber ich will ihn nicht mehr. Seit Monaten haben wir keinen Sex. Vor 10 Jahren war alles anders, aber da waren wir auch 22. Wir haben keine Kinder, das habe ich auch immer herausgezögert. Und da sehen wir schon hier, damals war er wahrscheinlich noch mehr dieser dominante führende Alpha und jetzt total beteilisiert. Deswegen hat es ja auch diesen Hypergamen Zweifel gehabt, dass dieses Kinderthema herausgezögert wird, weil eine Frau sich ja hier immer fragt, ist er wirklich der beste Mann, den ich hier mit meinem eigenen Marktwert anziehen kann? Und wenn das halt nicht der Fall ist, wenn er nicht hier wirklich der ist, wo sie glaubt, okay, besseren Deal kriege ich hier nicht aus dem Datingmarkt raus, dann sehen wir immer wieder solche Dynamiken. Er schreibt weiter, dann wird sie leiser. Ich habe seit 2 Jahren eine Affäre mit meinem Ex-Freund Klaus, der ist verheiratet und hat 2 Kinder, 3 und 5 Jahre alt. Wir verstehen uns gar nicht, aber es gibt eine immense körperliche Anziehung. Das ist ja das, wie letztens auch besprochen, dass die Likeability von diesen Bad Boys, von dominantem Alpha Bad Boy eben nicht da sein muss, aber sie findet ihn trotzdem intrinsisch heiß. Und das ist ja immer wieder genau diese Dynamik, wo man auch in der Red Pill sagt, der Alpha-Mann hat den Spaß kurzzeitig, der Mr. Sexy und der Langzeitversorger ist dann hier der Depp vom Dienst. Er braucht mich nur anzufassen und ich bin erregt. Was er alles mit mir macht, ist schlichtweg atemberaubend. Er hat mich total in der Hand. Hm, das ist ja totaler Sexist, dieser Typ. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe meinem Lebensgefährten gesagt, dass ich eine Auszeit brauche. Deswegen ist er vor 3 Wochen zu seiner Schwester gezogen. Das ist ja oftmals, ja du, ich brauche Abstand, ich brauche eine Auszeit. Sowas steckt oftmals dahinter, niedriges Interessenslevel. Michael tut mir sehr leid, er liebt mich sehr und ist zu allem bereit. Es fehlt mir, Dinge mit ihm gemeinsam zu machen. Er ist gemein, aber so läuft das halt auf dem Datingmarkt sehr häufig. Mit Klaus streite ich oft. Er ist ein richtiger Macho und seine Frau schluckt alles runter. Ich lasse mir das nicht gefallen. Wir haben deswegen schon öfter Schluss gemacht. Meine zwei besten Freundinnen habe ich eingeweiht. Sie raten mir dringend von Klaus ab. Er ist ein Arsch, aber er hat Sexappeal. Leider. Michael hingegen ist sehr wertschätzend, ja, der Beta-Versorger, der alles macht. Der dressierte Hausmann, wie ich ja schon immer sage. Ich kann mich nach 10 Jahren nicht beklagen, aber er ist leider zu wenig männlich. Ja, aber es ist natürlich ein soziales Konstrukt, wie wir alle wissen. Er kann nicht auf den Tisch hauen. Vielleicht brauche ich das. In unserer Partnerschaft bin ich die Dominante. Ich sage, wo es lang geht. Das ist furchtbar. Wie habe ich im letzten Video unterstrichen und gesagt. Genau das ist es, warum man hier sonst als Kerl, wenn du der dressierte Hausmann bist, ins Messer lauft. Genau immer wieder solche Dynamiken, wie auch hier der Professor Dr. Bonelli von seiner Psychiater-Couch berichtet. Da bin ich ja total schockiert, aber für Uneingeweihte ist es wirklich Neuland, solche Informationen. Und das ist ja genau das, was ich für euch schon mal aufgezeichnet habe. Die Hypergamie, die strategische Partnerwahl, beinhaltet Mr. Sexy für die guten Gene und den stabilen Versorger. Was wir ja hier in dieser überspitzten, drastischen Ansicht sehr gut sehen. Am besten ist natürlich, wenn der Mann beides in einem ist. Aber vor allem mit den modernen Männern, wie hier gesehen, gibt es es natürlich immer weniger. Und da sehen wir bei diesem Mr. Sexy in dem Fall dieser Arsch, der Klaus. Männlichkeit, Sexappeal, Konfrontationsfähigkeit. Ja, da muss nicht immer, oh, der ist ja so sympathisch, der ist ja so nett. Eine Frau mag lieber diesen führenden Typen, wie wir ja gerade gesehen haben. Physikalische Attraktivität, Fitness und praktische Intelligenz. Aber hier sehen wir ja, der kann führen, der kann auf den Tisch schauen. Das findet sie, wie auch eine Masse an weiteren Frauen, sehr interessant. Währenddessen halt der Beta-Versorger, dann höheren Status, höheres Einkommen, liebevoller Partner ist, guter Vater, emotionale Stabilität, reife ergeben und loyal. Alles Aspekte, aber die reiben halt nicht an dieser intrinsischen Anziehung. Das kann man sich sehr gut vorstellen, wie es, wenn man jetzt an einem Produkt interessiert ist. Da gibt es ja auch bestimmte Interessenslevel, dass die Leute vom Apple Store schon um 6 Uhr in der Früh zelten, weil da diese intrinsische Anziehung da ist. Wie die Frauen hier in dieser Analogie für den Mr. Sexy in diese Geschichte herauszunehmen. Und der Beta-Versorger, das ist eher dieser Aspekt im Geschäft, dass man sich dann um den Kunden im Nachhinein kümmert. Also die Kundenbetreuung. Aber das Produkt an sich muss ja immer noch interessant sein, weil was bringt die beste Kundenbetreuung, wenn das Produkt nicht interessant und spannend ist? Hier der Mr. Sexy in diesem übertragenen Beispiel. Zurück zum Text. Seit zwei Tagen bin ich jetzt wieder von Klaus getrennt. Er ist nach zwei Wochen mit mir wieder zu seiner Frau zurückgegangen. Angeblich, weil seine Kinder fragen, wann er wiederkommt. Er sagt, er brauche noch Zeit. Er hat mich schon so verletzt, wie er mit mir redet, wie er mit mir umgeht. Das ist respektlos. Er ist ein unglaublich negativer und unglücklicher Mensch. Er unternimmt nie etwas mit seiner Frau. Ist immer alleine unterwegs. Ja, da sehen wir auch diese Grunddynamik. Eine Frau teilt sich lieber hier diesen bösen, respektlosen Arsch, als mit diesem langweiler Beta-Versorger halt leider zusammen zu sein. Auch wenn sie das nicht möchte. Sie versucht es ja, wie wir jetzt ansehen, mit ihrer Vernunft dauernd zu regulieren. Aber diese intrinsische Anziehung, die sie hier gegen diese Männlichkeit gegenüber, hier mit dieser Toxizität in Verbindung trotzdem empfindet, lässt sich halt leider nicht unter den Tisch kehren. Mit Michael habe ich im Grunde ein super Leben. Es fehlt uns nur mehr ein Kind. Aber das schiebt sehr auf. Warum? Liegt ja sehr nahe. Viele Freunde beneiden uns wegen unserer harmonischen Beziehung. Und das ist auch mal so eine Dynamik. Sowas sieht man im Außen ja oftmals nicht. Weil der moderne Mann auch, der trägt sehr auf Händen und Augenhöhe und der ganze Crap. Aber sehen wir ja, was immer und immer wieder rauskommt. Und exakt das Gleiche habe ich auch damals bei Metin als Ex-Zurück-Coach immer und immer wieder gelesen. Ich könnte jetzt zu Metin fahren, in die Datenbank schauen, ja, die Fälle ein bisschen ändern, die Namen ändern. Aber der O-Ton ist exakt immer wieder dieser hier. Und da schreibt dann auch der Dr. Erstaunlich, dass Frau Ulf von Klaus nicht lassen kann, obwohl er sie so schlecht behandelt. Ihre irrationale, völlig unvernünftige Handlungsweise ist ihr durchaus bewusst. Ja, wir sind doch völlig über unsere Triebe erhaben, habe ich gedacht. Trotzdem ändert sie es nicht. Wir Menschen sind so. Häufig finden Psychiater Menschen in Beziehungen vor, die ihnen nicht gut tun. Der einzige Schutz vor vollständigem Kontrollverlust ist für Denise, dass sie im Grunde in einer glücklichen Partnerschaft lebt. Er ist aber der Beta-Versorger. Ihre Bauchgefühle, mit denen es sie zu Klaus hinzieht, stehen im krassen Gegensatz zu ihrer Einsicht, ihrer Vernunft, dass der fremde Mann kein guter ist. Frau Ü widersetzt sich zwar Klaus' Grobheit scheinbar und streitet viel mit ihm, aber es zieht sie dann doch magisch zum Aggressor zurück. Ihr Lebensgefährte Michael ist nach ihrer Beschreibung ein guter Mensch und idealer Partner. Wenn ihr ihr nicht ein wenig fahrt und vor allem zu wenig männlich werdet. Wie habe ich es gesagt? Das ist das Kernproblem auch des modernen Mannes und warum halt Frauen immer wieder hier die dominanten Männer wählen. Und das zeigt sich ja auch immer wieder in diesem Zeitgeist von Fifty Shades. Das schreibt er ja hier auch. Das ja hier dieser narzisstische Millionär, der so sadistisch, egoistisch, rücksichtslos, frauenfeindlich auch ist und machistisch bis zum Anschlag. Aber diese Anastasia es dann doch irgendwie toll findet, wenn er grob und männlich ist. Wie vorhin gesagt, Frauen nehmen dann lieber hier diesen ultra überspitzt toxischen Mann, als mit diesem ultra netten, ja, haustressierten zusammen zu sein. Oder zumindest sind sie dann mit dem zusammen, aber den Spaß holen sie sich dann außerhalb. To go, versteht sich. Der Fall 2, den er beschreibt, ist auch sehr interessant, wo wir ähnliche Dynamiken nur in anderer Erscheinungsformen sehen. Nämlich die 31-jährige Tanja A. berichtet über ihre Partnerschaft. Ich hatte früher mehr sexuelles Interesse als er. Das kann daran liegen, dass ich 5 Jahre jünger bin. Ich wollte täglich Sex, er nur 1-2 Mal pro Woche. In der Zwischenzeit hat sich das auf 2 Mal pro Monat eingependelt. Oftmals eine Dynamik, wenn er hier nicht mehr der führende Typ ist und sich immer mehr hier anpasst. Ja Schatz, oh ja, du hast so recht Augenhöhe, Augenhöhe. Ich mach jetzt sofort die Waschmaschine für dich, gell? Das ist jetzt für mich okay. Wir sind ja schon 8 Jahre zusammen. Der Sex ist, wenn er dann mal stattfindet, erfüllend und harmonisch. Er überrascht mich mit neuen Ideen, das mag ich sehr. Anfangs war er da sehr passiv und scheu und ich war experimentierfreudig. Das hat ihn in Panik versetzt. Ich habe ihn überrollt, jetzt habe ich ihm die Führung überlassen, weil er das braucht. Eigentlich war ich nur deswegen experimentierfreudig, weil er das nicht war. Und da sehen wir hier auch diese Grunddynamik, als Mann muss man von sich aus einfach hier, vor allem wenn es um die Bettgeschichten geht, die Führung übernehmen und nicht sie dazu bringen, dass sie das erst sagt, okay, du brauchst das ja, gell? Das ist nämlich, das kapierst doch einfach Prinzip. Eine Frau möchte, dass der Mann schon so ist und nicht, dass das erst im Dialog ausgesprochen wird. Wie jetzt würdest du jemandem sagen, du, hab mich doch ein bisschen mehr lieb und so weiter. Sag mir das doch mehr. Zählt einfach nicht. Das gleiche ist, wenn eine Frau einem Mann sagen muss, dass er mehr männlich sein muss. Genau wegen dieser, kapierst doch einfach, Dynamik. Ich habe Shades of Grey gelesen und dann auch alle drei Teile Fifty Shades of Grey gesehen. Das ist natürlich total super für eine Frau. Ein echter Frauentraum, dass er seine sexuellen Fantasien an mir auslebt. Nur an mir, nicht an anderen Frauen. Das ist auch eine wichtige Grunddynamik, die man immer wieder verstehen muss. Eine Frau möchte diesen ultra heftigen Alpha-Typ, der oben in der Dominanz-Hierarchie ist und von anderen Frauen gewollt wird, also die Möglichkeit hat, was mit anderen Frauen anzufangen, aber es nicht tut, weil er nur Augen für sie hat. Das ist genau diese goldene Mitte, die Frauen halt immer wieder hier wollen und im Fifty Shades of Grey von dieser Autorin perfekt dargestellt wird. Ich brauche schon Führung. Ein Macho oder ein Möchtegern ist ein No-Go. Und das ist, wie wir letztens auch gesehen haben, Dominanz versus die Autorität, markiere ich auch nochmal oben. Aber wenn einer selbstbewusst und intelligent ist, das ist wahnsinnig attraktiv für mich. Das haben wir auch sehr gut dann in diesen Studien gesehen. Das hat mein Freund an und für sich alles, aber er beklagt sich relativ häufig über seinen Chef, die Arbeitsbedingungen, die Kollegen und so weiter unter uns. Sein Jammern ist verdammt unsexy. Wie oft habe ich das denn bitte schon gesagt, genau diese Dynamik, da sagen die Frauen, offene Kommunikation ist so toll und dann packt er aus, wie wir ja hier sehen, findet es dann, wenn sie es nämlich soweit haben, dass er dieser Beta-Isierte ist und dann sagt, oh mein, weißt du, Chef, diese resignative Schwäche finden Frauen unsexy, weil sie halt auch für diese Langzeitbeziehungen auch immer wieder diesen stoischen Mann präferieren. Warum sind wohl Männer so mehr in sich gekehrt, mehr stoisch, genau wegen diesem Aspekt der sexuellen Selektion, wie wir ja hier sehr schön entnehmen können. Und das ist eben so wichtig, dass man das im Vergleich zu der Blue-Pill-Masse sich integriert und erkennt, weil ansonsten, egal ob man jetzt kurzzeitig, mittelfristig oder langfristig was mit Frauen am Laufen hat, kommt man auf solche Dynamiken und stoßt dann letztendlich in so ungute Situationen rein, wo halt dann auch die Männer meistens dann die Gepeitschten sind, wie wir im Fall 1 gesehen haben. Nämlich nur der Depp vom Dienst, der halt hier für die emotionalen Bedürfnisse, für die finanziellen Bedürfnisse, ja, und für dieses Miteinander, ja, komm, oh, du Kaffee trinken und dann geht sie wieder zum anderen und, hm, da ist es dann ein Sekundär, oh, mei, da hat eine Frau und zwei Kinder, aber wurscht. Weil diese intrinsische, ja, Attraktivität solchen Männern gegenüber einfach so schwer durch Vernunft wegzuregulieren ist. Und da schauen wir uns nochmal den letzten und dritten Fall an, fand ich auch sehr spannend, wo es ja wirklich um diese nochmal Verzweiflung, resignative Schwäche geht, dass das eben Frauen halt, egal wie sie sozialisiert werden, egal wie oft ihnen noch sagst, oh, der nette, fürsorgliche Mann, der ist toll, das sagen sie dir zwar dann, aber es zeigt sich ja nicht an im Verhalten, wie viele von euch bestimmt schon oft erlebt haben. Der Südtiroler Reinhard P., 34 Jahre alt, kommt zum Psychiater, weil er nicht mehr schlafen kann, eine ganz starken Herzschlagfeuer spürt, keine Entscheidungen mehr treffen kann und insgesamt nicht mehr der Alte ist. Eine Hypnose-Therapie zeigte auch nicht den Erfolg, den er sich davon erhofft hatte. Er sei acht Jahre lang ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann in London gewesen, berichtet er. Aus Liebe zu seiner Verlobten Sophie sei er vor einem halben Jahr nach Mailand gegangen. Bede Baby! Großes Fauxpas, weil hier, goldene Regel von Tomassi, Nummer 1, dass der Frame eben alles ist und wenn er hier ihr hinterher zieht, schaut er ja zu ihr hoch, ja Schatz, ich gebe meinen Job auf, ich ziehe dir hinterher, finden Frauen einfach sehr unattraktiv, führt zu einem Sexualitätsabfall mit den damit einhergehenden Dynamiken, ja. Beziehung, Streit wird häufiger, Oxytocin-Levels sinken und so weiter und so fort. Keiner seiner Kollegen hätte diese Entscheidung verstanden. Dort nahm er einen relativ uninteressanten Job an, um mit Sophie eine Familie zu gründen und mehr Zeit für die Liebe zu haben. Bede mehr! Aber seine Verlobte sei im Moment in Frankfurt und mache keine Anstalten nach Mailand zu ziehen, obwohl sie von dort stammen, ja. Niedriges Interesse, er ist nicht dieser führende, dominante Typ, weil er ja dieses Verhalten zeigt, finden Frauen unsexy, kein Interesse, warum sollte sie denn dann zu ihm gehen? Das ist, wie vorhin gesagt, das Beispiel mit diesem Produkt, was dadurch total uninteressant wird. Äh, das ist so ein allgegenwärtiges Ding, juckt mich nicht. Genau diese Dynamik, weil es ja im übertragenen Sinne auf diesem Datingmarkt dieser dressierte Beta ist, in der Erscheinungsform des modernen Mannes. Seit ich bei der schrecklichen Mailänder Firma begonnen habe, führe ich kein Leben mehr. Ich habe mich aus rein emotionalen Gründen für diese Firma entschieden. Ich wollte zur Familiengründung immer nach Mailand, in die Stadt von Sophie. Ich suche schon andere Jobs, habe aber Angst, Italien zu verlassen und damit Sophie zu verlieren. Ja, Verlustangst vor allem seitens der Männer führt natürlich in diese Abwärtsspirale. Da wirklich, deswegen Fernbeziehungen, absoluter Schwachsinn, da schaut man lieber, dass man was hier aus der Region bekommt. Man soll ja immer regional einkaufen, wie ihr alle wisst. Beruflich habe ich die letzten zwei Monate, ehrlich gesagt, verschissen. Das ist es wert, wenn nur die Ehe klappen würde. Aber unsere Beziehung ist in der Krise, ja, und das ist genau diese Grunddynamik. Wenn der Mann nicht mehr seiner Bestimmung hinterherläuft und die an erster Stelle packt, sehen wir, dass genau solche Beziehungsdynamiken herauskommen. Denn wie heißt der alte Spruch schon so schön? Du verlierst Geld, wenn du Frauen hinterherläufst, aber niemals Frauen, wenn du Geld hier hinterherläufst. Und das lässt sich natürlich auch hier Geld mit Lebenssinn oder Zweck, ja, Yogi-Lehrer auf Bali, was weiß ich, diesem ersten Ziel, was man sich als Mann hier eben setzt, immer an erster Stelle zu halten, weil dann kommt es auch nicht zu solchen ungesunden Dynamiken, wo er hier wie so ein Dackel seiner Herrin hinterherzieht. Mit Sophie sei er seit acht Jahren zusammen. Und diese Beziehung sei leider immer eine Fernbeziehung gewesen. Oh, da haben wir es schon. Seit zwei Jahren seien sie verlobt. In zehn Monaten wollen sie eigentlich heiraten. Ja, wie soll es wohl funktionieren, wenn sie kein Interesse hat an dem Hausdackel? Aber wir schieben seit zwei Jahren die Hochzeit vor uns her, weil wir warten wollen, bis alles passt. Ja, da frage ich mich, wer hier wirklich das vorher schiebt. Er oder er, sie. Aber es passt nicht. Sophie ist ein Einzelkind, ehrgeizig und sie braucht Karriere. Oh, Problem an Karrierefrauen, genau diese Dynamik. Ihre Mutter ist geschieden, seit Sophie ein kleines Kind war. Ihr Rat an ihre Tochter, sei immer selbstständig, vertraue nie einem Mann. Und das ist auch so wichtig, dass man hier immer die Familienstruktur anschaut, ja, welche Glaubenssätze, Überzeugungen werden vom Elternhaus her hier dieser Frau gegeben. Führt halt leider dazu, dass die dann denken, oh, Karriere, Karriere, Karriere. Und dann hier Hochrisikoschwangerschaften ab 35, 40 plus. Und das Aussehen, also die primäre Anziehungsquelle, die damit einhergehende Fertilität sinkt ab. Männer, vor allem die Hochwertigen, die ja diese Karrierefrauen selber haben wollen, finden sie dann halt leider nicht mehr interessant, wo sie halt meistens in der Endhaltestelle Katzenlady dann hier enden. Ist halt leider wahr. Aber vor allem die Frauen müssen halt hier diese Narrative dann auch hinterfragen, weil das eben Bullshit ist. Vor allem, wenn Familienplanung hier wichtig ist in diesem Kontext. Das hat Sophie immer mehr verinnerlicht, ja. Am Anfang unserer Beziehung war das noch nicht so. Meine Gefühle für sie sind in der Krise verschwunden. Und das merkt sie. Und da ist ja auch diese Dynamik, man muss als Kerl hier Schlussstrich ziehen, aus und was Neues suchen, weil das ist einfach Schwachsinn. Erstens die Dynamiken, zweitens die Fernbeziehung, drittens diese Symbiose mit der Mutter, wo sie ja schon das Erweiterte selbst, ich 2.0, aka narzisstische Erweiterung der eigenen Mutter ist, ungute Verstrickungen. Ich verrecke in Mailand vor allem, wenn ich alleine bin. Auch ein großes Problem. Männer können heutzutage ja gar nicht mehr alleine sein, weil sie dann gleich das Gefühl von Einsamkeit empfinden. Das ist ja auch eines der wichtigsten Sachen. Zuerst muss man ja lernen, alleine zu sein, dass man auch mit anderen klarkommt, weil sonst kommst du ja da ständig in solche Co-Abhängigkeiten rein. Ich warte, aber Sophie gibt kein Signal zu kommen. Low Interest. Sie sagt, jetzt muss sie erst einmal Karriere machen. Aber wenn jetzt der Leonardo DiCaprio oder ähnlich da wäre, ich brauche keine Karriere. Wo ist der Typ? Wir machen sofort 10 Kinder. Sie immer auch sehr oft Frauen erschaffen, Regeln für Betas und brechen sie für Alphas. Wenn sie nicht kommt, muss ich weg aus Mailand, weil ich beruflich vor die Hunde gehe. Aber sie hilft mir nicht bei der Entscheidungsfindung. Es ist ja auch nicht die Mama. Man muss als erwachsener Mann hier solche Entscheidungen selber treffen. Es geht um den Ort meines nächsten Jobs. Ich will in ihrer Nähe sein. Sie sagt immer nur, das musst du selber wissen. Ja, richtig. Du musst allein entscheiden. Das geht mich nichts an. Hör auf zu flennen. Da sehen wir wieder die Verzweiflung. Dieser größte Kernaspekt, was Frauen ultra unattraktiv finden. Egal, wie subtil das auch kommuniziert wird. Ja, hey, irgendwie sowas. Das riechen Frauen 10 Meter gegen den Wind. So einen Durst. Total unattraktiv. Diese Kälte macht mich fertig. Wir müssen doch gemeinsam entscheiden, wo wir unsere Familie gründen. Und da sehen wir halt auch immer wieder diese Dynamik, dass die Männer hier die Ersatzmama suchen, die dann das halt entscheiden sollen. Aber wie wir an diesen ganzen vorangegangenen Geschichten gesehen haben, wollen Frauen in Wirklichkeit halt leider nicht diese resignative Schwäche, Verzweiflung, sondern den führenden, dominanten Mann, ja, proaktives Führen, geniales Wort vom Henry, hier immer wieder auch aus diesen Couch-Geschichten vom Professor Dr. Raphael Bonelli zu sehen. Es ist halt leider eine gesellschaftliche Seuche mittlerweile, dass diese modernen Männer leider halt auch durch die ganze Betaisierung der Gesellschaft, durch diese Messages, die sie kriegen in den Massenmedien, ja, auf Augenhöhe, Unterbücher, netter Geld, dann funktioniert das schon. Naja, mit diesem Blupil-Schwachsinn kommst dann halt leider nicht weit, wenn es vor allem um die Kommunikation und erfolgreiche Anbandeleien mit den Frauen geht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch das näher bringen konnte. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat Zeich!